Guten Tag meine Damen und Herren, schön, dass wir wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe des Videostrategitikers vom Frankfurter Börsenbrief, heute am Donnerstag, dem 20. Dezember 2012. Gestern ergab sich ein etwas heterogenes Bild an den Märkten. In Deutschland waren eher Plusvorzeichen angesagt in der Tagesperformance in allen vier größeren Indizes, nämlich im DAX, MDAX, TECDAX und im SDAX. Hier war seine Nullstand vor dem Komma, das heißt der Ausschlag nach oben war dann per Saldo nicht so sehr groß, aber immerhin es war ein Ausschlag nach oben. Für den DAX bedeutete das einen Schlusskurs oberhalb von 7600 Punkten, das ist ja eine charttechnisch nicht ganz unwichtige Marke. Das heißt, der DAX sieht damit weiterhin konstruktiv aus, was die Charttechnik angeht. Hilfreich für die gestrige Stärke des deutschen Marktes dürfte auch der IFO-Geschäftsklimaindex gewesen sein, der ganz ordentlich ausgefallen ist und eine weitere Stimmungsbelebung bei den deutschen Unternehmen andeutete. An der Wall Street ergab sich doch ein eher etwas schwächerer Eindruck. Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und auch der Nasdaq 100 waren auf der Verliererseite, allerdings war jeweils eine Null vor dem Komma, das heißt der Ausschlag nach unten war ebenfalls nicht besonders ausgeprägt und insofern muss man das ganze Thema auch nicht allzu hoch hängen. Gestern ergaben sich einige Schlaglichter vom amerikanischen Immobilienmarkt. Bei den Baugenehmigungen ergab sich ein Plus von 3,6 Prozent mit einem Wert von anualisiert 0,899 Millionen Baugenehmigungen. Auf der Gegenseite allerdings ergab sich ein Rückgang um 3 Prozent bei den US-Wohnbaubeginnen, also mehr oder weniger eine Nullrunde, wenn man da mal eine Gesamtaussage ableiten möchte. Aber die mittelfristigen Aussichten für den amerikanischen Immobilienmarkt sind weiterhin eher positiv. Das dürfte sich dann im kommenden Jahr weiter konkretisieren. Heute gibt es nochmals Signale über den amerikanischen oder vom amerikanischen Immobilienmarkt, nämlich es soll berichtet werden um 16 Uhr unserer Zeit über die Verkäufe bestehender Häuser im Monat November. Außerdem steht für heute an der FHFA Hauspreisindex Oktober ebenfalls für die USA. Kommen wir zu einigen Unternehmen bzw. Aktien. Schauen dabei eher auf amerikanische Aktien. In Deutschland gibt es meines Erachtens keine so ganz dringlichen Themen, die man jetzt aktienseitig groß anleuchten müsste. Oracle. Gestern schon ein Thema hier im Ticker. Die Zahlen wurden schon ein wenig angeleuchtet. Gestern stand die Aktie entsprechend dann auch etwas im Fokus. Und zwar mit positivem Unterton, denn sie konnte zulegen um 3,7 Prozent und dies gegen den Markttrend. Ebenfalls gegen den Markttrend zulegen konnte FedEx. Der Logistik-Riese. Und dies, obwohl man über einen leicht niedrigeren Gewinn im zweiten Quartal berichtete. Allerdings hängt dies auch maßgeblich mit Sandy zusammen, also dem Wirbelsturm. Passend dazu, also passend zu diesem Sondereffekt, wenn man das mal so sehen möchte, ergab sich auch eine Bestätigung der Jahresprognose. Also wie lief es im zweiten Quartal für FedEx? Beim Umsatz konnte man sich leicht verbessern um 5 Prozent oder ungefähr 11 Milliarden Dollar. Beim operativen Ergebnis hingegen gab es ein Minus von 8 Prozent auf 718 Millionen Dollar. Die operative Marge trübte sich entsprechend ein von 7,4 Prozent im Vorjahr runter auf 6,5 Prozent. Wie gesagt, die Aktie war gestern gegen den Markttrend leicht fester. Bei Logistik-Aktien ist die Tendenz und die geschäftliche Entwicklung natürlich auch ein Indikator für die Gesamtverfassung. Denn wenn die Gesamtwirtschaft brummt, dann bedeutet das natürlich auch ein erhöhtes Logistikaufkommen, sodass diese Branche grundsätzlich auch eine Konjunkturindikatorfunktion hat. Ja, kräftig aufwärts zeigte gestern die Aktienkursentwicklung von General Motors. Um 6,6 Prozent ging es gestern rauf. Offenbar plant die amerikanische Regierung den Exit mit ihrer Beteiligung. Der Zeitrahmen dafür hat 12 bis 15 Monate in einem Teilschrift für GM ein Paket von 200 Millionen Aktien, von insgesamt gut 500 Millionen Aktien dann abgeben. Der Rest wird dann zu einem späteren Zeitpunkt abgegeben. Also die Amerikaner, Amerika verkauft sozusagen ein Paket erstmal an GM oder gibt dieses Paket zurück. Wir sind angekommen beim Terminkalender. Für heute war bzw. ist angesetzt der CB-Index der Frühindikator November in Bezug auf China. Außerdem aus den USA die dritte Veröffentlichung in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung der USA im dritten Quartal. Ferner die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das ist ja so ein wöchentlicher Termin eigentlich. Dann um 16 Uhr unserer Zeit der Philadelphia Fed Index Dezember. Außerdem der Index der Frühindikator November. Das ist schon ein wichtiges Signal. Und dann um 16 Uhr, also gleich Uhrzeit, auch die Angaben, die vorläufigen Angaben für die Eurozone in Bezug auf das Verbrauchervertrauen November. Was macht man mit dem Markt? Der Markt sieht konstruktiv aus. Ich hatte das schon angedeutet. Es ist eher nicht so wahrscheinlich, dass von institutioneller Seite große Positionen in diesem Jahr aufgelöst werden. Zumindest in Deutschland. Das heißt, man wird hier Positionen eher festhalten, möglicherweise starke Aktien sogar weiter kaufen, damit man sie sich dann in den Ultimo-Bericht hineinschreiben kann, damit scheinbar glänzen kann, diese stark gelaufenen Aktien dann auch im Portfolio vertreten zu haben. Und natürlich wird man kein großes Interesse daran haben, bei einem so starken Börsenjahr eine zu große Kassenhaltung beichten zu müssen. Also, die Vorzeichen für die nähere Tendenz für die restlichen Börsentage kann man sagen, sind positiv. Bei den Börsenumsätzen hat man nun natürlich keine großen Luftsprünge mehr zu erwarten. Eine ganze Reihe von Büchern dürften auch bereits geschlossen sein. Insofern können es auch Sie eher ruhig angehen lassen. Bleiben Sie mit den bestehenden Positionen investiert. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Tissen. Vielen Dank. Vielen Dank.